Und ebenfalls in Berlin begrüße ich Bernd Westphal, wirtschaftspolitischer Sprecher der SPD. Guten Abend. Hallo, schönen guten Abend. Auch wenn man so eine Statistik mal freundlich oder positiver betrachten kann, also so richtig gut ist der Zwischenbericht ja nicht. Frage an das Mitglied einer Regierungspartei. Was ist falsch gelaufen? Naja, man darf nicht außer Acht lassen, dass wir in einem krisengeprägten Umfeld sind. Das trifft die deutsche Wirtschaft natürlich. Wir haben gerade hohe Energiepreise. Wir müssen damit klarkommen, dass wir in der...